Die sind irgendwie alle echt hässlich. Zeig ja. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Man hört es, ich bin vielleicht ein bisschen mehr gesünder geworden, aber ich bin immer noch nicht ganz fit. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich mache heute ein Video, das sich von den anderen Videos mal wieder ein bisschen unterscheidet. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, in dem ich was gezeichnet habe. Es kam nämlich viele Kommentare, hey Annika, zeichne doch bitte mal was wieder. Bitte. Wie passend ist es, dass Pilot jetzt genau seinen 100. Geburtstag feiert? Danke an Pilot, dass ihr dieses Video hier unterstützt. Zum 100. Geburtstag vom Pilot gibt es nämlich 18 Limited Editions von Stiften. So, jetzt habe ich ungefähr alle verloren, okay. Design von Mika. Das ganze Jahr über wird es jetzt verschiedene Aktionen geben und aktuell ist die Kampagne My Crazy New Me. Das Motto ist erfinde dich neu, lass dich durch nichts einschränken und sei bunt. Gut, bunt bin ich von innen eigentlich eh schon genug. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein Selbstporträt, suche mir dann einfach meinen Lieblingsstift aus und male mich dann einfach selber. Aber nicht auf diese langweilige Art, wie ich es schon auf Instagram gemacht habe. Da habe ich mich irgendwie auch schon selbst gemalt. Ich bin einfach so ein selbstverliebtes YouTuber halt, ne. Sondern ich male ein verrücktes Ich. Dafür muss ich aber erstmal ein Foto machen. So, jetzt machen wir mal ein voll verrücktes Bild. Spaß. So, wunderschön. Es gibt sonst immer nur schöne Porträts. Es muss ja auch mal Crazy Porträts geben. Jo, wenn ihr euch jetzt denkt, was ist das hier für eine crazy Perspektive jetzt? Da hängt eine Kamera. Hallo. Das sind die Stifte. Ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen rot, grün, schwarz und blau. Und da meine Instagram-Porträts ja alle in blau sind, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal über-crazy und zeichne in rot. Deshalb habe ich mir den roten Stift ausgesucht. Dann würde ich sagen, ich rede jetzt nicht weiter hin rum und fange einfach an. should I get them rum. Ääääh. Untertitelung. BR 2018 Fertig! Falls ich euch damit jetzt hoffentlich inspiriert habe, könnt ihr noch im Rahmen von der MyCrazyNewMe-Kampagne coole Sachen gewinnen. Und zwar auf der Facebook-Page vom Pilot und auf dem Instagram-Account. Um etwas zu gewinnen, müsst ihr nämlich entweder lustige Fragen beantworten oder selbst etwas zeichnen. So wie ich das ungefähr gerade eben gemacht habe. Je nach aktueller Aufgabe. Schaut einfach mal bei den Links in der Infobox vorbei und dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr öfter solche Zeichen-Videos haben wollt. Beziehungsweise viele wollten auch wissen, wie ich das mache. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mich abonniert habt. Okay, tschüss!